Musik Und so Ja, als wir angefangen haben, stand hier noch mehr Holz Äh, Baum Noch mehr Bäume, so Mal schauen, in welchen Ofen habe ich es denn reingeworfen So, da haben wir erstmal ein paar Geht auch nicht Ich frage mal ganz kurz das Wiki Wie ist das Ding jetzt? Popped Chorus Fruit Ist halt alles noch relativ neu Laden, Laden, Laden So, geladen Na, verschrieben Achso, die kann ich nur zu den Blöcken machen Und wie kann ich die Dinger jetzt anbauen? Mal schauen Chorus Fruit can be obtained, breaking Chorus Plants Chorus Plants can be worked by any tool Blah, blah, blah A plant that found in End The block Form cannot obtain in survival Farming Chorus Plants are generated Chorus Plants will be break eine Endstone horizontal, bla bla bla. Ach so, die Flowers muss ich anpflanzen. Ah, das heißt, wieder die ganze Strecke zurück rennen. Ja, ja, euch brauche ich nicht mehr, so. Wir könnten die Früchte benutzen und hoffen, dass wir richtig teleportieren. Na, lieber darum. Ja, das ist ein Problem. Ist das nicht schön, so durch die Straßen der Stadt zu laufen? Das ist aber inzwischen auch ein Weg. So, bevor ich jetzt zurück renne. So, bevor ich jetzt zurück renne. Ah, ja. Je niedriger ich die Blume ernte, also je weiter ich Richtung Blume ernte, desto höher wird die Chance, dass die Blume auch droppt. Also wenn ich die Blume direkt ernte, kriege ich sie auf jeden Fall. Und je weiter ich dann weggehe, desto geringer wird die Chance ab. Vier Blöcke kriege ich sie gar nicht mehr. Na dann sind wir doch mal gespannt. So. Age 0. Gut, das heißt, ihr müsst wachsen. Okay. Dann machen wir jetzt die zweite erstmal dorthin. Und warten mal ab, was passiert. Das heißt, da wir erst zwei Blumen haben, können wir den Rest erst später machen. Ich denke ja mal, an einer so einer Pflanze wird mehr als eine Blume dran sein. Ah, guck mal, die eine ist schon gewachsen. Und zwei Felder und das in der kurzen Zeit. Die andere jetzt auch. So. Na, ein Stück ist es noch. Aber die Chance, dass hier oben jetzt Monster spawnen, ist ja schon geringer geworden. Hier wächst sogar Gras drauf. Überall wächst das Gras schnell, nur wenn man drauf wartet, nicht. Na, werde ich mit dem, was ich noch habe, hinkommen? Nein, definitiv nicht. Aber wir haben ja hier gleich eine Craftingbox stehen. Eine ziemlich unsichere Craftingbox, aber eine Craftingbox. Ich glaube, die holen wir uns mal hoch. Hier oben ist ja, glaube ich, mehr vom Nutzen als da unten. Ah, Arschloch. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Nur laut gedacht. Ach, guckt mal, da haben wir ja schon eine zweite. Und woran unterscheidet man jetzt die Ages? Der ist H1. Der auch. Der ist H1. B-K-C-Packling hast du schon die Autorzellen? Und wenn du mit den ganzen Stats dazu achst, dann kann ich noch einen Stats. Das ist ja auch die Ausbildung. Okay. Und da lassen wir das. Das müsste ja immer gleich breit sein. Außer hier. Ab hier dann wieder, ach ne, hier auch noch nicht. Outsch. hätte ich vielleicht doch höher bauen sollen wieso habe ich hier nur ich habe mich doch verzählt ich habe doch ich habe so oft nachgezählt darauf habe ich dort einen zu breit der liegt falsch oder 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 ja der liegt falsch reparieren wir das mal schnell